Ja hallo, heute ist Donnerstag, der 17.07. Ich stehe jetzt hier gerade an der Archivstraße und wollte ins Sächsische Ministerium des Inneren. Wir haben nämlich in Widersprüchschreiten gefasst, was die Räumung als widersprüchlich darstellt. Das ist halt nicht korrekt vor. Vor allem die Behauptung, wir hatten die Baustellungmaßnahmen irgendwie behindert. Das war absolut inkorrekt. Das war überhaupt nicht in unserem Sinne. Die Alarm ist leider nicht geöffnet. Ich muss dann noch mal hin zur Postestelle, weil ich nun fast die Eingangsstelle brauche und das nicht behaupten kann. Sie hätten nichts da. Und hier hatte ich dann auch noch was ganz Lustiges gefunden. Ich muss kurz kurz auf den Bild gehen. Das hängt jetzt hier quasi direkt am Innensministerium. Ich werde mich jetzt auch wieder auf den festen Weg zum Elfwiesen begeben. Und dann werden wir kommen. Wir haben hier fast 5 und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Hier an der Archivstraße. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.